Here we go now. Here we go now. Here we go now. Hallo und herzlich willkommen hier in diesem Podcast oder auch im Video, wenn du das als Video siehst. Ich habe diesmal einfach mal beides verbunden, damit du mich auf einer anderen Plattform auch sehen kannst dabei, wenn ich hier schon einen Podcast für dich aufnehme. Und hoffe, dass du dir die anderen Folgen schon angehört hast und auch weißt, wer ich bin. Hast auch schon von anderen Impulsen und Tipps profitiert und das Interview, das letzte mit dem lieben Andreas, hast du dir auch schon angehört. Denn heute gibt es einen coolen Impuls oder vielleicht auch einen spannenden oder vielleicht auch kontroversen Impuls von mir oder auch umstrittenen Impuls. Mal gucken, wo die Reihe so hingeht. Wie ist das Ganze eigentlich zustande gekommen? Heute habe ich einen Kommentar gelesen auf einer der Werbeanzeigen von mir und zwar zu meinem Buch, falls du es noch nicht kennst und das im Video ist, dann siehst du das jetzt. Ja, Traumberuf DJ. Und ja, wir schalten dafür Werbeanzeigen und einer der Kommentare. Ja, mittlerweile berührt mich das ja gar nicht mehr, wenn jemand das blöd findet, was ich mache oder wer ich bin. Habe ich jetzt gelernt, damit auch umzugehen. Früher war das noch anders. Aber das hatte irgendwie was Interessantes an sich, was mich einfach zum Nachdenken gebracht hat. Aber auch nicht auf mich bezogen, sondern auf uns alle. Ja, auf uns alle als DJs, als Musiker. So, ich lese es dir mal vor. Du bist kein DJ, nur jemand, der meint, dass er ein DJ ist. Das ein bisschen rumhampeln und Liebe schicken macht dich noch nicht zu einem DJ. So, da ist jemand, der mich überhaupt nicht kennt, der der Meinung ist, dass ich kein DJ bin. Und heute frage ich euch und dich, was denkst du denn, wann ist für dich ein DJ ein DJ? Ab wann darf man sich überhaupt eigentlich DJ nennen? Ab welchem Stand oder ab welchem Status, ja, oder wann darf man diesen Status, ich bin ein DJ, eigentlich erreichen? Das ist so die Frage, die ich mir gestellt habe. Und diese teile ich jetzt einfach mal als Impuls mit dir, mit euch, liebe Zuhörer oder Zuschauer. Ab wann bin ich eigentlich ein DJ? Ab Haus, ab Techno, ab Plattenspieler, ab Vinyls, ab gute Übergänge oder ab Produktion? Und was ist mit dem Rest? Der Rest sind keine DJs? Ja, bei diesem Kommentar wurde ich wirklich daran erinnert, warum ich dieses Projekt ins Leben gerufen habe. Warum die DJ-Revolution? Vielleicht wird es auch sogar eine DJ-Evolution mit der Zeit geben, ja. Vor kurzem ist ja auch unsere Homepage online gegangen mit dem neuen Trailer. Und da siehst du auch genau diese Anspielung auf die DJ-Evolution, wie sich das verändert. Mit ein bisschen, ein kleines Winkern und Humor. Weil mich das damals schon total abgenervt hat und manchmal braucht man etwas im Leben, was einen abkotzt oder ankotzt und nervt, um etwas zu verändern. Dass irgendwie alle der Meinung waren, so ein Rezept dafür zu haben, ab wann man ein echter DJ ist, ja. Also, wenn ich die Musikrichtung auflege, dann bin ich ein richtiger DJ. Der Rest ist alles Quatsch, ne. Oder wenn ich richtige Übergänge machen kann, also mixen kann, dann bin ich ein DJ. Oder nur, wenn ich mit Vinyls auflege, ja, dann bin ich ein DJ. Oder nur, wenn ich keinen Sync-Button benutze, dann bin ich ein DJ. Und Leute, dass man dann das glaubt und denkt, das tut mir echt leid für die Menschen. Und ich hoffe, dass ich dich, falls du vielleicht auch mal so gedacht hast oder noch so denkst, abholen kann und einfach ein neues Bild dir zeigen kann oder aufzeigen kann. Denn für mich ist ein DJ eine Person, ein Künstler, ein Musiker, ja, DJ ist für mich ein Musiker, natürlich in gewissem Rahmen, ja. Natürlich kann ich, wenn ich ein DJ bin, immer noch kein Schlagzeug oder Geige spielen, der Menschen bewegt. Das ist eine Person, die Menschen steuern kann und zwar mit Musik. Das ist eine Person, die mit Musik eben führen kann, die Emotionen wecken kann. Das ist für mich ein DJ. Und dabei ist es am Ende scheißegal. Ist wirklich kackegal, wie du das machst. Mit welcher Technik du das machst. Ob du überhaupt Übergänge kannst. Ich kenne DJs und ich habe schon oft auch von DJs diese Geschichten gehört. Wenn ein Kollege gar keinen einzigen Übergang hinkriegt und kann das auch nicht und will es auch gar nicht lernen. Dafür aber eins beherrscht und zwar kann er oder sie die Menschen mit Musik führen. Durch eine Reise führen. In ihre Erinnerungen führen. In ihre Kindheit, in ihre Jugend führen. Und zwar beherrscht diese Person das so perfekt, dass es auch egal am Ende ist, ob das mit einem Übergang, mit einem geilen Übergang, mit einem Beatmatching, mit was auch immer. Ja, also mir fällt gerade nicht immer so vorteilige Begriffe ein in dem Moment. Das ist am Ende egal. Und es gibt auch DJs, die richtig krasse Skills haben, die nicht nur scratchen können, die können mit Tonplays spielen, die können mit was weiß ich welchen Effekten spielen. Und was für krasse Übergänge machen und was für krasse Mashups live auflegen und mit vier Decks auflegen. Respekt, ich kann das zum Beispiel nicht oder vielleicht schon, ich habe es noch nie ausprobiert. Hat mich bis dato auch nicht interessiert. So. Aber ab wann bin ich eigentlich ein richtiger DJ? Hm. Also ich freue mich auf jeden Fall auch auf eure Feedbacks, E-Mails und Kommentare, was du denkst. Was du darüber denkst. Ja, weil das ist so, für den einen ist es ein bisschen rumhampeln und ein bisschen Liebe schenken. Für den einen ist es genau dieser Moment, dieser Augenblick, der unvergesslich bleibt, weil ich oder jemand anderer ein bisschen rumgehampelt hat und ein bisschen Liebe geschenkt hat. Was in dieser Zeit auf diesem Planeten, was irgendwie an allen Ecken und Kanten gefühlt brennt, genau das Richtige ist. Wie wäre es denn, wenn wir alle ein bisschen rumhampeln und ein bisschen mehr Liebe schenken? Das wünsche ich mir und ich wünsche mir wirklich, dass wir aufhören, wirklich aufhören, diesen Streit, Kampf der Titan zwischen verschiedenen Richtungen, musikalischen Richtungen, zwischen verschiedenen Stilen auch aufzulegen. Endlich mal aufhören damit. Einfach Frieden und Frieden beginnt auch da. Ja, wie wir miteinander reden, wie wir uns alle bewerten, ob jemand besser oder schlechter ist, ob jemand mit Sync aufliegt oder nicht. Ja, auch so einen Satz habe ich schon gehört. Die schummelt ja, die spielt ja mit Sync. Dazu habe ich ein cooles Bild übrigens für euch. Das habe ich in so einer Unterhaltung mal erzählt und das finde ich mega gut. In einer Fahrschule, ja, in einer Fahrschule habe ich auch als erstes Schalten gelernt. Also ich bin, habe meinen Führerschein gemacht mit einem Schaltauto und heute fahre ich Automatik. Hm, ich habe das mit Schaltauto gelernt. Also wenn ich jetzt für bestimmte Veranstaltungen mal ein Mietauto fahren muss oder einen kleinen Dreieinhalbtonner LKW. Ja, ich bin am Anfang vielleicht noch ein bisschen eingerostet und muss kurz zwei, drei Minuten mich warm fahren wieder. Aber ist es so wie beim Fahrradfahren, man vergisst es nicht. So, wenn ich das aber nicht gelernt hätte, mit Schaltwagen zu fahren, würde mich dann in ein Automatikauto setzen, dann könnte ich auch niemals ohne irgendwie eine Einführung einen Schaltwagen fahren. Aber interessiert mich das, wenn ich in ein Taxi steige, ob der Fahrer einen Schaltwagen fährt oder ein Automatikauto? Interessiert mich das? Fuck no, überhaupt nicht. Ich möchte ans Ziel kommen. Und genau so geht es deinen Kunden. Deinen Kunden interessiert es nicht, mit welcher Technik du auflegst. Es interessiert die Kunden auch nicht, ob du, also gibt es ja auch natürlich auch Kunden, die darauf achten, ob du Bitmatchen kannst, ob du selbst Bitmatchen kannst, ob du Vinyl auflegst oder CDs noch anschleppst oder alles digital machst, alles vom Sticker abspielst oder alles in der Cloud zu liegen hast, das sei denn, es ist kein Internet da und du kannst ja nicht spielen. Gab es auch schon mal so eine Situation. Es interessiert den Kunden nicht, wie er oder sie oder der Veranstalter ans Ziel kommt, sondern es interessiert sie, dass sie ans Ziel kommen, dass sie eine geile Party haben, dass sie ein ausgebuchtes Event haben, dass sie zahlende, trinkende Gäste haben, wenn es ein Club ist, eine Veranstaltung ist, dass sie begeisterte Gäste haben, wenn es ein Geburtstag, Hochzeit, Firmenfeier ist, was auch immer. Also, die wollen, dass das unvergesslich wird und auch bleibt. Wie du da hinkommst, ist es am Ende egal. Und mit diesem Beispiel mit Schaltauto und Automatikauto, ist es für mich persönlich so, und du kannst mich bewerten oder nicht, ist es mir egal, für mich persönlich ist es so, ich habe auch selbst auf Vinyl gelernt, einfach mal als Hintergrund, ich kann das. Ob ich jetzt mit echten Vinyls kompletten Set auflegen kann, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, würde ich wahrscheinlich, so wie beim Schaltauto, ein paar Minuten brauchen, um reinzukommen. So, aber ich kann das. Also, was ist daran schlimm, wenn ich die Tools, die es gibt, technischen Tools, die es gibt, auch nutze? Also, wenn ich Automatikauto fahre, wenn ich auch mal einen Sync-Button drücke, wenn ich mal irgendwelche andere Tools nutze, die es gibt, die es technisch gibt, hier so, jetzt läuft meine Kaffeemaschine und reinigt sich, ich hoffe, man hört es nicht so laut, aber jetzt weißt du es. Es ist wirklich so, für mich persönlich ist es scheißegal. Nur, wenn dann dein Sync-Button versagt und das nicht richtig analysiert oder die Bitgrids nicht richtig setzt und du dann aufgeschmissen bist, weil du nicht weißt, wie ein Schaltauto fährt, weil du nicht weißt, wie man richtig Bitmatcht, weil du nicht weißt, wie die Übergänge funktionieren, dann ist es was anderes für mich. Ja, dann darfst du dich damit auseinandersetzen. Aber auch da nicht, ja, also auch da, es gibt, wie gesagt, DJs, die gar keine Übergänge machen und die haben eine rappenvolle Tanzfläche und begeisterte Kunden. Das, was du an Bewertungen legst, wie es zu sein muss, wie ein DJ zu sein muss, das ist deine Bewertung. Und ich wünsche mir für dich, dass wir einfach miteinander besser, klarer kommunizieren können, ohne uns gegenseitig zu bekriegen, egal ob wir Schlager spielen, egal ob wir Haus spielen, Techno spielen, Hands-Up spielen, was auch immer, was es für Musikrichtungen es gibt. Wir müssen die nicht alle mögen. Das ist genauso wie nicht jeder mich mag oder nicht jeder Dieter Bohlen mag oder nicht jeder Marke Mercedes mag oder Seat mag. Wir müssen das nicht tun. Aber dass wir einfach respektvoll miteinander umgehen. Und, ja, das sind die Impulse für heute von mir an euch da draußen. Ich hoffe, du konntest was für dich heute mit rausziehen und mitnehmen und wirst einfach in der Zukunft anders damit umgehen, wenn ein anderer DJ, Kollege oder Kollegin einfach mal anders sind als du. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja. Und schreib mir gerne in eine E-Mail oder einen Kommentar, was du dazu denkst. Wie gehst du damit um, wenn solche Kommentare kommen, wenn solche Unterhaltungen oder Diskussionen entstehen? Was ist deine Meinung dazu? Und denk daran, immer respektvoll und immer miteinander statt gegeneinander. Das ist mein Anspruch, wenn du hier eine Community bist oder mir zuhörst, dass wir so alle miteinander reden und kommunizieren. Ja, also, wer ist ein DJ? Ab wann ist man eigentlich ein DJ? Ich freue mich auf eure Impulse dazu und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, eure Katrin.